Hallo, wie Tami hier auf meinem YouTube-Kanal ausgewandert nach Polen. Lade mal wieder so ein kleines Breaking-News-Video. Es geht mal wieder um die sogenannte Flutkatastrophe. Ja, also so peinlich, so was von peinlich, wie sich jetzt die Bundesregierung rausredet. Ja, das gibt's doch gar nicht mehr. Weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut? So, ich behaupte jetzt einfach mal, nein, nicht ich behaupte, ich werfe der Bundesregierung einfach einmal Vorsatz vor. Ja, denn das Warnsystem hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja, nur die Bundesregierung, der Katastrophenschutz, haben nicht zusammengearbeitet oder sie wollten nicht zusammenarbeiten. Ja, und ich weiß auch nicht, was eigentlich in Deutschland jetzt gerade so abläuft. Mehr seht ihr jetzt in dem Video, was ich mir mal so von einem Bild heruntergeladen habe, damit das auch wirklich nicht jeder einmal sieht. Denn es kann nicht sein, es darf nicht sein und es muss auch nicht sein. Und jetzt kommt die Mutter der Herzen, die Warn-SMS, liebe Bundesregierung. Ich gebe mal ein Tipp, sorgt dafür, dass das Mobilfunknetz in Deutschland, ich sag jetzt nicht, es gibt sich 100% flächendeckend, 100% gibt es nicht, aber das ist auf jeden Fall, zumindestens bei uns in Polen, weit über 80% abgedeckt ist. Also, schaut euch das Video an und dann den Dislike, ich bin ja der Verschörungstheoretiker, ich bin ja da nichts nutzt, ich rede ja eigentlich nur dünnscheß auf Deutsch gesagt. Guckt euch das Video mal bis zum Ende an und kommentiert dann, ob ich immer noch der Verschwörungstheoretiker bin, der nur dummes Zeug redet. Also, in dem Sinne, schaut euch so an. Nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz mit 165 Toten stehen schwere Vorwürfe im Raum. Das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS soll die Regierung schon am Samstag vor einer drohenden Katastrophe gewarnt haben. Journalisten wollen von Vertretern der Ministerien nun wissen, warum diese Warnungen nicht an die Anwohner weitergegeben wurden. Doch alles, was sie zu hören bekommen, peinliche Ausreden und absolute Ahnungslosigkeit. Wann genau hat denn die Bundesregierung erfahren über das europäische Hochwasserwarnsystem, dass es eine dramatische Hochwasserlage geben wird? Und was ist genau dann passiert? Wann jetzt wer wie wo informiert wurde, da liegen mir jetzt gerade keine Informationen vor. Da würde ich bitten, auch vielleicht gegebenenfalls nochmal direkt beim Deutschen Wetterdienst nachzufragen. Frau Herzog, das ist ein bisschen frech jetzt von Ihrer Seite zu sagen, wir sollen uns beim Wetterdienst melden. Die Warnung geht an Sie. Also können Sie uns doch sagen, wann Sie diese Warnung erhalten haben? Also erstmal muss ich dazu sagen, wie jetzt das europäische Warnsystem konkret mit unserem zu tun hat, muss ich jetzt zugeben, die Info habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Das kann ich gerne nochmal nachfragen. Insofern müsste ich da eben erst nochmal mich selber informieren, wie da genau die Meldekette ist. Und Sie als Regierung werden gewarnt von der EFAS und ich möchte und wir möchten wissen, wann Sie gewarnt wurden. Das muss doch, das müssen Sie doch wissen. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, wie da genau die Meldekette ist, die Warnkette. Diese Informationen habe ich jetzt gerade nicht parat. Da muss ich einfach um Verständnis bitten. Da kann ich jetzt keine Auskunft geben. Ja, Frau Herzog, Sie müssen doch sagen können, wann der Deutsche Wetterdienst die Meldung, Gefahrenmeldung rausgegeben haben. Und dann nochmal die Frage auch an das Innenministerium und an Frau Vieth. Also wo gab es denn Versäumnisse bei der Warnkette? Also ich kann ganz grundsätzlich dazu nur nochmal sagen, was gestern ja auch beispielsweise bei der Pressekonferenz in Adenau gesagt worden ist, dass die Hochwasserschutzsysteme alle aktiviert waren, dass die Beteiligten vor Ort aber sagen auch, dass diese Wassermassen in einer bislang nicht gekannten Ausmaße gestiegen und mit einer Geschwindigkeit angekommen sind, die man bislang dort so nicht kannte. Frau Vieth, Sie haben gesagt, die Nina App hätte funktioniert. Die betroffenen Anwohner vor Ort sagen, hat sie nicht. Wir haben die Information bekommen, dass die App funktioniert habe. Dann müsste man eventuell vor Ort nochmal klären, wie die Sache tatsächlich war. Sie sagen, technisch habe alles funktioniert. Wer ist denn dann nun schuld? Also gab es Versäumnisse aus Ihrer Sicht? Haben die Länder das versemmelt? Oder konnte man sozusagen gegen dieses Unglück aus Ihrer Sicht nicht besser angehen? Wie gesagt, ich denke im Moment liegt der Fokus tatsächlich darauf erstmal zu helfen und Menschen, die noch vermisst sind, zu finden und dann wird es eine Aufarbeitung der Ereignisse auf den Ebenen, die dafür zuständig sind, geben. Der Landkreistag fordert die rechtliche Grundlage dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger via SMS über drohende Katastrophen jetzt in Hochwasser gewarnt werden können. Wie steht die Bundesregierung dazu? Vielleicht die Frage ans BMI. Also Warnungen per SMS, das würde ich Ihnen im Detail nachreichen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich muss das nochmal zusammenfassen. Mehrere Tage nach einer Katastrophe, die so viele Menschenleben gefordert hat, wie das in Deutschland bisher noch nicht der Fall war, sitzt die Bundesregierung hier und es weiß keiner, wann gewarnt wurde und an wem die Warnungen weitergegeben wurde. Ist das richtig? Ich denke, die Kollegin aus dem Verkehrsministerium hat deutlich gemacht, dass sie diese Informationen so bald wie möglich nachreichen wird. Ich frage mich, was Ihr Ministerium geglaubt hat, was Sie heute gefragt werden. Haben Sie nicht mit dieser Frage, mit diesem Informationswunsch gerechnet? Danke für die Frage. Ist das auch nicht lustig? Nee, ich lache auch nicht über die Frage. Aber die habe ich jetzt, also ich kommentiere diese Frage jetzt nicht. Auch über die Anzahl und Funktionssüchtigkeit der Warnsirenen in Deutschland konnte das Innenministerium keine Auskunft geben. Fazit, trotz hartnäckiger Nachfragen gibt es keine Antworten. Der Katastrophenschutz in Deutschland bleibt also auch nach dem Flutdrama mangelhaft. Und ich denke, was wir es ihnen macht. Das ist nicht wirklich gut. Das ist es nicht unbefältig.